Es geht los, Auflage 25 des Stadtwecker-Ratingen-Mehrkampf-Meetings mit einem starken Nico Beckers vorneweg in 10.84. Starker Einstieg für den gebürtigen Aachner hier in Ratingen und wenn das bestätigt wird, ist das direkt Bestleistung, wird sogar noch nach unten korrigiert. 10,83 Sekunden für Nico Beckers. Satte 899 Punkte für den Athleten vom LHV bei Hürdig in Dormagen. Auch dahinter die nächste Bestleistung für Nils Laserich. In 10,91 Sekunden kommt er über die Linie. Theo Bastien mit 11,05. Auch gelungener Einstieg. Luca Diekmann 11,07. Tim Nowak 11,34. Und wir warten noch auf die weiteren Ergebnisse, die jetzt auch auf unserem großen Fernseher zu sehen sind. Jan Ruhrmann mit 11,41 und Markus Nielsen mit 11,46 Sekunden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020